Hubert Scheide, wir sind jetzt zwar nicht bei deinen Werken, aber wir sind hier im Haus, wo alles gut wird. Willst du uns zwei, drei Worte zu deinen Werken, die im Zimmer nebenan aufgehängt sind, sagen? Ja, alles was gut ist tatsächlich eine positive Prognose und falls es nicht stattfindet, dann ist es wenigstens positiv gedacht und angedacht und als Grundriss eines Gedankengangs nicht schlecht. Die Behauptung, dass alles gut wird, setzt voraus, dass das Vorhandene nicht besonders gut ist, aber der Mensch weiß ganz genau, dass seine Sinne drüben. Und da beginnt die Poesie. Also dieser Bild ist die reinste Erfindung und gleichzeitig, als wir gut erhoffnend sind, ein Schrei, ein Schrei in den Himmel hinauf und ein Schrei hinunter zum Ackerboden und Zeit von tiefem Vertrauen in die Existenz. Und das ist jetzt, dass sie sich für ein promptly делать kann. Und dann kommt die ganze Zeit